Max Kruse steht laut Sky vor einem Wechsel zu Zweitligist SC Paderborn und das wäre dann doch schon ein ziemlicher Kracher und ein extrem interessanter Wechsel, denn der mittlerweile 35-Jährige hatte ja Ende November seinen Vertrag in Wolfsburg aufgelöst und ist seitdem halt eben auf Vereinssuche. Es gab verschiedene Gerüchte, sei es jetzt in der Bundesliga, in der 2. oder in der USA gewesen, einen Verein hat er letztendlich nicht gefunden, wurde über die Zeit dann eher YouTuber wie Fußballer, aber man hat durchaus auch in seinen Insta-Stories gesehen, er hält sich auf jeden Fall fit und ich denke er kann auf jeden Fall auch noch einen Mehrwert bieten, vor allem in der 2. Liga, deren Klubs er sich ja selbst angeboten hat, vor ein paar Wochen in seiner eigenen Insta-Story, habe ich auch geteilt in meinen YouTube-Shorts, also abonniert auch gerne, um da auf dem neuesten Stand zu bleiben. Zuletzt gab es eben auch Gerüchte um einen Wechsel zu Hannover 96, wo aber Trainer Stefan Leitl selbst gemeint hat, dass er kein Thema ist für sie, weil er halt eben ein gewisses Alter hat und auch lange Zeit nicht gespielt hat, obwohl man auf Stürmersuche ist. Und ein anderer Verein, der auf Stürmersuche ist, ist halt eben genau der SC Paderborn, denn die Ostwestfalen haben im Angriff durchaus Bedarf nach den Abgängen von Dennis Rübeni zu Fürth und Marvin Pieringer, der eben nach seiner Laie zu Schalke zurückkehrt. Daher ist der Zweitligist nun eben an die Kruse-Seite herangetreten und es gab auch durchaus gute Gespräche, wie man nun hört und daher denke ich, dass ein Transfer wohl zustande kommen wird. Ablöse kostet der freie Spieler natürlich keine, dennoch wird er vom Gehalt her denke ich Top-Verdiener sein bei Paderborn, auch wenn er natürlich deutlich weniger verdienen wird, wie bei seinem letzten gut dotierten Vertrag beim VfL Wolfsburg. Ich denke, Kruse möchte jetzt einfach nochmal ein bisschen für den Spaß spielen, nicht mehr für das große Geld. Für Paderborn hingegen geht es dabei auch vor allem um den sportlichen Erfolg, denn nach Platz 7 und 6 in den vergangenen beiden Jahren, hat man durchaus Aufstiegsambitionen und ich rechne ihnen auch durchaus Chancen darauf aus, vor allem halt eben mit der individuellen Qualität von einem Max Kruse. Ich denke, es wird viele Mannschaften geben, die nächstes Jahr um den Aufstieg mitspielen werden, mit dem HSV, mit den beiden Absteigern Schalke und Hertha, aber auch den drei Zweitligisten Düsseldorf, St. Pauli und Paderborn würde ich durchaus gute Chancen zurechnen. Also da wird es, denke ich mal, durchaus spannend werden nächste Saison. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, aber bin durchaus noch so ein bisschen zwiegespalten, wie denn ein Kruse in das System von Quasniok bei Paderborn reinpassen wird, denn mit Sribbeni und Pieringer hat man natürlich zwei klare Stoßstürmer vorne drin verloren. Da wird es natürlich ein bisschen schwierig. Ein Kruse ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp, am besten eigentlich so als hängende Spitze, als Freigeist hinter einem echten Neuner. Andererseits wird man da, denke ich, Lösungen finden. Vielleicht verpflichtet man ja noch eine richtige Neun vorne drin. Wenn nicht, denke ich, dass man das auch so hinbekommt. Mit dem Überfallfußball, paar gute Steckpässe von Kruse, die hat er definitiv noch drin. Auch wenn er jetzt länger nicht gespielt hat, ist seine individuelle Qualität unbestritten. Und mit 35 denke ich, dass der da durchaus noch einen Mehrwert bieten wird. Denn er war ja jetzt grundsätzlich nie der schnellste Spieler, war da nie wirklich auf sein Tempo angewiesen. Klar wird er jetzt vielleicht noch ein bisschen langsamer und weniger athletisch sein, aber er muss jetzt nicht sein ganzes Spiel umstellen deswegen. Und ich glaube, er wird dem SC Paderborn definitiv helfen können. Egal jetzt in welcher Rolle, sei es jetzt auf einer der offensiven Halbpositionen oder dann halt eben zentral, wo er sich ein bisschen fallen lassen würde und dann halt eben die Pässe spielt und die Mitspieler in Szene setzt auf den Halbpositionen oder halt eben auf den Flügelverteidigerpositionen, die ja bei Paderborn auch extrem offensiv eingebunden werden. Und das könnte auf jeden Fall auch eine extrem coole Spielweise werden für die nächste Saison. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und mich würde dann zum Abschluss auch noch eure Meinung dazu interessieren. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Seht ihr es ähnlich wie ich oder eben anders? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!